sonntag morgen die baustelle steht still warum steht die baustelle still weil die zweite schicht ansteht und ich heute einfach keine lust habe die aufzutragen ihr seht ich habe zumindest vorbereitet dass ich die zweite schicht auftragen kann das heißt ich habe das ganze schon mal vom rand her sauber gemacht wenn ihr euch daran erinnern könnt wir das letzten beim letzten mal aussagen und dann ansonsten noch mal kurz grob drüber geschliffen und jetzt heißt es an sich nur noch im nächsten akt bevor die grundierung kommt noch mal eine zweite schicht auftragen damit das ganze gerade ist und man nach der grundierung natürlich eine schöne saubere oberfläche hat also das war mein kurzes statement bleibt am ball denn schließlich wird die vergastung auch weitergehen bis dahin bin und bleibe ich euer dirk und einen schönen sonntag noch